ein renault kartofor für wagen ist hier zum verkauf angeboten der graue suv ist 5 thürich und bietet platz für fünf personen der kilometerstand des fahrzeugs liegt bei weniger als 4000 kilometern die erstanmeldung war mitte 2018 der suv besitzt zahlreiche ausstattungsdetails wie navigationssystem alufelgen bordcomputer xenon scheinwerfer einparkhilfe und noch vieles mehr der sparsame benziner hat eine leistung von 90 ps und wird über ein fünfgang schaltgetriebe gesteuert kontaktieren sie uns wir informieren sie gerne mehr